Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von VektorCampTV. Heute möchten wir Ihnen eine neue Funktion aus der Version 17 vorstellen. Und zwar aus dem Z-Konstant. Mit dieser neuen Funktion können Sie Formen-Hinterschnitte dreiachsig bearbeiten. Das heißt solche Hinterschnitte wie hier. Wir haben jetzt dieses Bauteil einmal 3D Z-Konstant geschrubbt. Und einmal mit der konstanten Rautiefe die Form geschlichtet. Wir sehen schon hier, hier in den Hinterschnittbereich kommt diese Funktion nicht rein. Und dieses würden wir jetzt einmal mit dem Z-Konstant schlichten machen. Wir gehen einmal jetzt in Z-Konstant schlichten. Hier wähle ich einen Scheibenfräser aus D35, R08 und 3Dig. Wenn wir jetzt hier meine Jobtaten editieren, haben wir jetzt auch mehr Parameter um dieses Werkzeug angelegen. Früher hatten wir nur ein scharfkantiges Werkzeug. Jetzt können wir gerundet den 0,8 Radius hier oder als Vollkugel. Ich habe hier noch einen Halter versehen und sage dann einmal OK und gehe dann hier vorne rein ins Fräsen-Z-Konstant. Ich habe es hier in der Z-Höhe begrenzt, stelle mal zwei Zehntel zu. Bei dieser Bearbeitung ist es nicht möglich, spiralig wie auch immer zuzustellen. Wir können nur eine Einwegsbearbeitung machen. Bei geschlossenen Konturen, die rundherum um das Teil gehen, empfiehlt sich dann hier zwischen den Z-Schnitten eine Kurve zu fahren. Das werden Sie gleich in den Fräswegen sehen. Diese Parameter haben für den Hinterschnitt keinen Einfluss. Der Ein- und Ausfahrradius mache ich hier jetzt 5 mm, das würde ich immer so ein bisschen größer machen bei der Hinterschnittbearbeitung. Eine Begrenzung haben wir in dem Fall nicht, ein Restmaterial auch nicht. Kollisionsprüfung mit dem Halter möchte ich auch keine haben. Ich gehe jetzt in die Hinterschnittbearbeitung. Diese aktiviere ich hier und hier kann ich jetzt entscheiden, ob ich nur Hinterschnitte. Wenn ich jetzt diesen Schalter wegdrücke, würde er das gesamte Teil mit diesem Werkzeug schlichten, inklusive des Hinterschnitts. In dem Fall möchte ich aber nur den Hinterschnitt bearbeiten. Am Ende gehe ich in die Geometrie, wähle meine Flächen aus, bestätige sie einmal und sage OK und lasse ihn dann berechnen. So, jetzt ist er mit der Berechnung fertig. Man sieht jetzt hier, er fräst wirklich nur den Hinterschnitt. Und bei der Anfahrt, ich habe durch diesen Parameter Kurve, wie man jetzt hier sieht, fährt er von der ersten bis zur nächsten Anfahrt immer mit einer Kurve, das quasi meine Anfahrt spiralförmig ist. So habe ich natürlich wesentlich weniger An- und Abfahrbewegungen. Das kann man aber dann wirklich nur machen, wenn ich halt eine eingeschlossene Kontur habe, die hier komplett hinterschnittlich ist. So, jetzt gehen wir einmal in unsere Simulation. Jetzt hier in unserer Simulation können wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen. Wie gesagt, die beiden anderen Programme sind schon durchgelaufen. Und jetzt würde er einmal hier mit diesem Sägewerkzeug diesen Hinterschnitt bearbeiten. So, er fährt an. Man sieht jetzt hier, er macht eine spiralförmige Zustellung bei der Anfahrt. So, jetzt ist er fertig. Und man sieht jetzt hier wunderbar, wie ich das Werkstück einmal ausblende und das Rohteil einblende, dass er diese Hinterschnitte wunderbar gefräst hat. Das ist einfach eine Möglichkeit, dreiachsig Formhinterschnitte zu fräsen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr VektorCamp Team. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.